Hör mal Maurer, trinkt man doch ein Feierabendbier, Kind? Na seka, wat ne Frage. Kurze Frage, warum gewinnt dat eigentlich? Wat meinst du? Na, dat typische Feierabendbier. Na ja, ganz einfach, weil it schmeckt. Und man so den Zusammenhalt stärkt. Genau, also die freundschaftliche Bindung zwischen den Gewerken. Oder halt die Kollegialität, also wenn wat wär. Ach, erzählt doch nicht, dat is doch alles so ne Verschönerung, damit ihr euch wieder einsaufen könnt. Hör mal kurz, wenn was seit gestern machen würden, wärt okay. Aber da mein Hörlgeselle mit seinen Kollegen damals auch schon Feierabendbierchen getrunken hat, ist das wohl ein Kult? Ah, also genauso Kult, wie Elektriker und die Radler können, ne? Eben, also dein Stift lernt schnell. Dat is nicht mein Stift, dat is der Stift von meinem Stift. Ich bin kein Stift mehr. Prost!